5.000 Kilometer in 100 Tagen durch 13 Länder. Vier Freunde erleben eine eindrucksvolle Reise auf ihren Fahrrädern. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Einer unserer Ziele haben wir erreicht. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR jetzt Ciao! Die schönste Straße in meinem Leben. Wir haben wieder Ferse übergesetzt. Wieder runter, die Köln wieder hoch. Bei über 35 Grad. Wir haben noch einen großen Schuss. Wir haben noch einen großen Schuss. Wir haben noch einen großen Schuss. Es ist einfach unglaublich, diese Bergwelt, der Wahnsinn, und jetzt haben wir noch lange gefahren. Und die Leute feiern ein, wenn man ein Geld ist mit dem Fahrrad. Das ist der Wahnsinn. Wir sind abgeklatscht und angefeuert. Wahnsinn! Unglaublich! Also ich kann jedem nur empfehlen, so eine Tour zu machen. Es ist zwar unheimlich anstrengend, körperlich, nervlich, aber was man hier alles sieht, ist unglaublich. Als Autofahrer fährt man einfach zu schnell an einem Bereich. Man kann es gar nicht wahrnehmen. Zum Urteil. Ah, nein. Ich glaube, das war jetzt die beste Entscheidung an sich, genau so eine Tour zu fahren. Es ist einfach gefährlich. Einfach gefährlich. Ich glaube, das war jetzt die Idee als Verstögerungen. Und wir machen einen Bewegung, das ist durchgehalten, die Leute, 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 die Leute die Leute, die Leute zu fahren, die Leute, die Leute die Leute, die Leute zu fahren.